Keine Ahnung. Aha, und ich habe gerade eine Sehenswürdigkeit entdeckt. Gibt auch XP. Okay, ja. Da schreibt irgendwer was in den Chat. Und ja, ich gehe jetzt dann über die Brücke drüber zu den Feldern von Shamemore oder wie das heißt. Ja, eine Wegmarke sehe ich jetzt schon dort vorne. Die werden wir auf jeden Fall speichern, haben wir schon, ja. Ist immer wieder nützlich, sich porten zu können. Ja. Oh mein Gott, Geheimnis im Sof. Treibt die Kreaturen der Unterwelt zurück. Vertreibt die Banditen, das war da. Ich bin der Ghost Whisperer, verschwindet. Ah, da sind Banditen, okay. Ey, man leckt mich. Uiuiui, da wird man ja schön. Ach so, okay. Das muss ich da beschützen und da sind diese Banditen. Äh, die rennen irgendwie. Äh, das ist ein schönes Event, nur, äh, die Dive rennen irgendwie alle von mir weg. Ja, das kann manchmal sein. Aber richtig, ich hole die nicht mal ein. Komm schon. Schlag zu, du Depp. Kann es doch nicht sein. Ne, ich glaube, die hole ich nicht ein. Ne, ja. War eigentlich nur ein Event, das eigentliche, also die eigentliche, ah, da unten sind welche. Ja. Jetzt geht's gleich beim nächsten Event weiter, oder was? Ja, Events war, ja, das war jetzt irgendwie ein Event, aber die eigentliche, also das eigentliche Quest, war das jetzt eigentlich, ja. Das Banditending bräuchte man nicht. Hälfte dir dabei, das Getreide zu bewässern. Ja, da kannst du auch einfach die Würmer, glaube ich, besiegen, wenn ich mich da noch erinnere. Ich weiß es aber nicht genau. Äh, Bündel, äh, Fertigkeiten verleihen oder neue Möglichkeiten geben mit, äh, klick die Schaltfläche Bündel fallen lassen. Um ein Bündel fallen zu lassen, okay, ähm. Und wo muss ich das Bündel jetzt fallen lassen? Ähm, ich vermute, welches Bündel jetzt, meinst du so? Den Wasser. Heu oder was? Ich spreche jetzt mal mit, ja. Schwer voranzukommen heute. Oder Wasser, ich weiß es nicht. Ich wollte nicht hier sein, glaub mir, ich bin hier, um zu helfen. Äh, ich schütze mal, dass euer Ärmer schnappen und das Mais gießen könnt oder bringt Futter zum Rind. Oder es stampft ein paar Wurmlöcher platt, außerdem wäre alles gegen Banditenangriffe ebenfalls hilfreich. Hammer. Rieche ich hier etwa Apfelkuchen. Ich könnte vielleicht einen Auftrag kriegen, der damit etwas zu tun hat, ja. Wie geil, ich hab gerade richtig geile, ähm, geile Rüstung, äh, ein richtig geiles Rüstungszeil gedroppt, genau. 30 Verteidigung. Äh, ja, warte. So. Hä, ich komm bei dem Dialog immer irgendwie zurück. Wie zurück? Äh, was, wieder anstellen, okay, ich habe hier etwas. Ja, das ist wegen dem... Hä, ich komm bei dieser Bäuerin irgendwie im Dialog nicht weiter. Jemand sollte ihnen eine Lektion erteilen. Den Harpien auch noch, äh, als würden nur Banditen, äh, ich habe Angst, dass die Harpien den Darm meines Tages aufreißen und von Fluten fortgeschwemmt werden. Wenigstens wäre damit die Feuer gelöscht, vielleicht ertrinken ja dabei auch die Brandstifter. Ich bin hergekommen, um zu helfen, was kann ich tun, okay. Nun, das, äh, ich schätze mal, dass ihr euch einen Eimer schnappt und den Mais gießen könnt oder bringt Futter zum Rind. Ja. Ja. Ich werde sehen, oh, okay, ich habe das X übersehen. Also, Wassereimer habe ich, den kann man mit der einen Taste loslassen. Wo genau sind die Maisfelder, die ich bewässern soll? Ähm, ich habe da, glaube ich, kannst du da nicht irgendwie auch Lindwürmer irgendwie die ganze Zeit umhauen, weil das... Ja, sind auch da, ja. Die habe ich bei der Aufgabe die ganze Zeit einfach immer umgehauen. Ich würde trotzdem gerne wissen, wo die Maisfelder sind. Ja, habe ich auch gesucht, ich weiß es gar nicht, äh, ich weiß es gar nicht, glaube ich. Äh, ja, Würmer umnähten ist auch witzig. Hast du Schwarzlöwenschlüssel gefunden? Dieser Schlüssel... Ich glaube, ich muss das jetzt loslassen. Bam. Oh, okay, es gibt anscheinend wieder Truhen, die man finden kann, das ist geil. Ah ja, das war ja das, wo dich dieser Riesenwurm erschlagen hat. Ja, genau. Äh, ja, ja, okay, 5 XP. Okay, ähm, ähm, was sind das für fliegende Viecher? Fliegende Viecher? Fliegen? Blutenholt. Okay. Äh, sind die so aus wie Bienen? Äh, wie fliegende, irgendwie so wie diese Halo Aliens von der Allianz. Ja, 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 ich weiß, was du meinst, die... Okay, eine Schaufel habe ich auch, aber ich weiß nicht, wo ich diese Sachen, wo ich diese Sachen benutzen soll. Die Schaufel sollst du, glaube ich, bei den, äh, Wurmhübeln benutzen, damit sie nicht wieder rauskommt. Ich tue ja die ganze Zeit aufs Blatt machen. Weißt du, dann kriegst du immer einen kleinen Fortschritt bei deiner Aufgabe. Ja, also ja. Ich bin gerade dabei, die ganzen Centauren hier, äh, von hier zu vertreiben. Hm. Ah, warte. Okay, Blatt machen. Ja, die muss man ganz zumachen. Gegen die zu kämpfen bringt nichts, oder? Äh, gegen was ist zu kämpfen? Gegen die Würmer? Ja. Äh, doch, gegen die Würmer kriegst du auch immer einen Fortschritt, also auch für deine Aufgabe. Hm. Irgendwie können, sind das Elementarmagier, die da die ganze Zeit mit den Blitzen herumschleudern. Verdammt, ich werde von Hirschen angegriffen. Also die Sprunganimation sieht irgendwie verbessert aus, zudem, äh, zu der Beta. Ja, das kann, oh mein Gott, ich muss flüchten. Das kann sein, ja. Ich will jetzt endlich, ach, ich könnte mir mal einen Helm kaufen, das wäre richtig, aber. Hm. Ja, wobei, ich habe mir jetzt am Anfang keinen Helm genommen, weil der eben auch hässlich aussah. Ja eben, aber, ähm, ich habe jetzt eben, ich bin jetzt Level 10, und ab Level 10 kannst du dir sowieso einen Helm kaufen, beim MBC. Ich nehme jetzt einfach Futter und gebe das den Viechern da. Das, das gibt auch viel Punkte, also, da gibt es etliche Möglichkeiten immer. Das finde ich halt auch schon, du bist irgendwie nicht wirklich an einer einzelnen Aufgabe gebunden, du kannst es ja meistens raussuchen. Hm. Ich will Kuchen zu machen. Hm. Diese Kuh sieht hungrig aus, dann werde ich ihr was geben. So. Futter nehmen. Diesen Futtersack zu einem Rind bringen. So. Der hat eine Kuh. Okay, warte, das Rind da. Das fütter ich jetzt. So. Jo, und platt machen. Okay, ähm, F1 für den Adrenalinschlag, den habe ich irgendwann mal, äh, ah, okay, da ist, äh, irgendwie schlägt mein, mein Charakter nicht mehr zu. Okay, das ist komisch. Naja, egal, okay, ich suche jetzt weiter Lindwürmer. So. Fuse des Lehrlings gedroppt, naja, brauche ich jetzt nicht. Irgendwie kommt aus dem Hügel nichts raus. Jetzt bin ich ganz dran. Ja, das dauert eine Zeit. Ne, die Hügel sind jetzt weg. Ach so. Da ist noch einer, okay. Die kommen immer wieder, glaube ich, also. Also da kann ich ewig kämpfen, oder wie? Bis du all deine Aufgabe hast, dann kannst du zur nächsten Aufgabe gehen. Und wann erfahre ich, wann ich die Aufgabe habe? Siehste immer oben rechts. Äh, ah, okay, ich sehe es. Fortschritt. Genau. Äh, wo ist denn noch eine Aufgabe? Wo ihr euch machen könnt. Hälft den Klosterbrauern. Und schon wieder haben die Zentaurinbier geklaut. Oh, sie werden in der Nähe. Oh, das ist wahrscheinlich der Riesenwurm, oder? Ja. Das ist es hinterher höchstwahrscheinlich. Oder es sind Bandiden. Die Bandiden können nämlich auch den Bauernhof angreifen. Es sind Bandiden, ja, es sind Bandiden. Aber die bringen, glaube ich, doch. Fuck, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ähm, immer dahin, wo andere Spieler sind. Sind überhaupt Spiele auf deinem Server drauf noch? Ich hab keine Ahnung. Na, sind bei dir welche in der Nähe? Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin sowas von... Ich bin sowas von... Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Dann gehst du nächsten Weg, Marge. Äh, ich bin grad wieder gerespawned und bin schon wieder fast tot. Oh. Aber ich hab's jetzt geschafft, also. Okay. Okay, schützt den Heuballen vor den Bandiden. Das wird irgendwie schwer, wenn ich dauernd fast sterbe. Das sind ja Ingenieure, die Bandiden, oder? Ja. Also die haben ja alle Pistols. Was ist ein Schatten-Bio-Move? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall steht es bei mir... Heilig, Mann, heilig, heilig, heilig. Bei mir steht rechts oben die ganze Zeit, die Bestie wurde erweckt. Heilig, Mann. Ich will nicht so früh schon sterben, ich bin doch nur... Wie alt ist man in dem Spiel? Okay, ich hab zwar noch eine Nachricht, und zwar sich... Äh, bla bla bla. Alles nehmen und... Äh, ja, okay. Also ich hab meinen Charakter ein bisschen jünger aussehen lassen. Ja, meiner ist auch nicht gerade alt, okay. Banditenernsevernichterin. Dafür gibt's einen eigenen Job. Bescheuerte Bandiden. Ja, okay, ich hab's jetzt gleich. Nein, der Heuballen brennt. Kann man das irgendwie aufhalten? Mit Wasser. Ach, äh, der Wassereimer. Wo ist dieser Bindete? Da. So. So. Wo ist das Bindete-Ding? Da ist wieder eine Sehenswürdig... Ne, ein Aussichtspunkt. Den mach ich doch. Bitte. Mit... Oh mein Gott. Wie bescheuert sieht denn das Viech bitte aus? Das Viech heißt Adlerraptor. Ist einfach ein Raptor mit Flügeln dran. Okay, ich hab's geschafft. Falls ich das war. Ich hab keine Ahnung. Äh, mein Schild leuchtet jetzt irgendwie und ist durchsichtig. Ja, mein er leuchtet auch manchmal. Das ist, äh, irgend so ein Aegis heißt es, glaube ich. Ich weiß es nicht. Okay. Also, und der gibt dir irgendwie mal Verteidigung oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ja, okay, ich hab das Quest jetzt eben beendet. Und ich schau jetzt auf der Karte, wo das nächste ist. So, ähm, das, das Ding ist, okay, das Event dauert noch, aber da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Also werde ich, ähm, den Fischern helfen. Das ist in der Richtung, okay. Okay, nächste Aufgabe. Hilft dem Bauern von Bethleh tun. Ihr habt Erfolgeerrungen. Wechsel zur Registerkarte Erfolge, um für eure Heldenanzeige, wozu braucht man Erfolge? Das ist wieder sowas unnötiges. Äh, wenn du die Erfolge machst, dann kriegst du manchmal Titel. Und die Titel bringen? Die kannst du dir anzeigen lassen, dann steht meinetwegen, wenn man dich im Spiel sieht, äh, meinetwegen der Titel. Jetzt bei mir ist es zum Beispiel Außerwälder, da steht dann halt Außerwälder, Drachenfaust Kolinda. Uh, was sind das für Dino-Echsen? Oh mein Gott, ich werde angeschrieben. Fluss Lindwurm. Aletao. Hallo. Die sind aber nicht stark, die Lindwürmer. Kommt mir so vor. Also, wo ist jetzt das Quest? Ich werde immer wegen meinem Schwert gefragt, ey. Ah, das, was du dir wegen Guild Wars 1, ähm. Ja, und die fragen immer die ganze Zeit, wo hast du das her, will ich auch, sieht geil aus. Ja. Willkommen. Beruf gefährlich, sei er welcher, weh gefährlich, äh, langen Gustenfallen verfangt sich immer wieder Lindwurm, Junge, und zieht dann bla bla bla. Ja, also, im Fluss überprüfen, okay, ich muss irgendwas im Fluss überprüfen. Wie mach, ah, da, okay, äh, mit, mit F öffnen, nicht, was ist das, was ist das Ding immer, äh, ja, also das reicht, wenn ich die Fallen alle öffne, oder? Ja. Naja, du kannst, bist du jetzt bei dem See, du bist beim See, ne? Ja, das ist ein Fluss, Fluss. Ja, ja, genau, äh, da, ähm, die Fallen allein reichen nicht aus, du wirst wahrscheinlich noch ein paar, äh, Lindwurm, die greifen mich an, diese Viecher. Äh, die jungen Viecher. Ja, okay. Ach, die, 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 äh, Lindwurm, Junge. Ja, ich seh's gerade. Wieder ne Weg, Marke. Okay, ja, tatsächlich, äh, ist Dauer, ja. Es ist wirklich, ich hab jetzt, glaub ich, wie viele von diesen Dingen Fallen gibt's zum Öffnen? Ähm, hm, ich weiß es nicht, vier, fünf, mehr? Oh, jetzt hab ich das Lindwurmall kaputt gemacht. Ach, die Viecher? Ja.